Verschandelt ein Neubau den Dom zu Worms? Ja oder nein? Diese Glaubensfrage spaltet derzeit die Lutherstadt in zwei Lager. Die einen wollen den Bau als dringend benötigtes Gemeindehaus, die anderen lehnen den Bau ab und streben ein Bürgerbegehren an. Heute nun hat die Dompfarrei mit einem Baustopp ein überraschendes Zeichen gesetzt. Der Streit, wie Edgar Verheyen berichtet, dürfte damit aber noch lange nicht beigelegt sein. Es ist ein stiller Protest, den Bürger aus Worms an jedem Sonntag zum Ausdruck bringen. Rund 80 Menschen demonstrieren gegen das geplante Gemeindehaus am Dom und das schon seit Wochen. Wir möchten diesen wunderbaren Blick auf das Südportal des Wormser Doms oder des Doms zu Worms erhalten wissen. Und wenn man wieder ein Haus vor den Dom setzt und den Leuten weiter den Blick auf den Dom verwehrt, dann muss ich sagen, dann würde ich am liebsten wegziehen aus Worms. Es geht um den Vorplatz des Doms, um die linke Seite vor der Nikolauskapelle. Das neue Gebäude, so die Kritiker, würde hier den Blick komplett versperren. Vor einer Woche Pfarrgemeinderatssitzung der Domgemeinde. Hierher kommen die Befürworter des Gemeindehauses und auch sie haben gute Argumente dafür. Wir brauchen ein Gemeindehaus unbedingt für unsere Gemeindearbeit. Wir schaffen auch zwei Plätze für die Stadt und deswegen sind wir so froh darüber, dass wir so eine Akzeptanz finden. Wenn die von unten von der Straße her kommen, werden sie schön über den Platz hingeführt in das Hauptportal des Domes. Das neue Haus sei ein Gewinn für Worms, sagen sie. Der Vorplatz würde mit einem Café den Stadtkern sogar verschönern. Zurzeit würde dieser doch ohnehin nur von wenigen Spaziergängern genutzt. Im Übrigen, bis ins 19. Jahrhundert habe es hier eine Bebauung gegeben, daran könne man doch anknüpfen. Doch diese Argumente interessieren die Mitglieder der Bürgerinitiative nicht. Ihnen ist das neue Gebäude einfach viel zu gewaltig. Von da kommt das Gebäude, 18 Meter und dann hat es noch knappe 6 Meter Abstand zur Nikolauskapelle. Das heißt, da wohl dieser Pfeiler hier ist, der zweite von rechts, dieser Pfeiler ist die äußerste Begrenzung. Im Inneren des Doms wäre das neue Gebäude kaum zu spüren. Allerdings, in der gotischen Nikolauskapelle würde es den Fenstern wohl das Licht nehmen. Tatsächlich haben Bausünden gerade rund um den Dom in Worms beinahe Tradition. Vor zehn Jahren gab es schon einmal einen Bürgerprotest gegen ein geplantes Hotel. Das Gebäude wurde dann kleiner gebaut und der Stadtrat beschloss, Der Platz vor dem Dom soll frei bleiben. Auch aus diesem Grund sammelte die Bürgerinitiative Unterschriften gegen das neue Projekt. 9000 wurden am Dienstag dem Oberbürgermeister übergeben. Sie fordern ein Bürgerbegehren, doch der OB steht zum Haus am Dom. Ich glaube, dass das Haus am Dom eine Aufwertung der gesamten Situation bedeuten würde und den Dom in seiner Monumentalität geradezu betonen würde. Das Haus soll kommen. Deshalb macht jetzt der Fahrgemeinderat mobil und lässt seit Tagen 30.000 Flyer verteilen. Doch heute die Überraschung. Die Domgemeinde verkündet, sie wolle den Baubeginn verschieben, die Entscheidung über das Bürgerbegehren abwarten. Wir haben intern auch kontrovers diskutiert, aber wir waren der Meinung, wir schaffen jetzt keine Fakten. Das heißt, im Moment wird sich hier nichts tun. Wir warten diese Entscheidung über die Zulässigkeit und nachher über den Bürgerentscheid ab. Doch ein endgültiger Baustopp ist das nicht. Es scheint vielmehr, als wolle die katholische Kirche keine weiteren Unruhen bei prestigeträchtigen Bauprojekten aufkommen lassen. Es ist mir so l, die es zu sehen, wobei darüber nachher dann schon zehn Minuten ist. Sie sehen können hier Veteriner Anliegen casos, Vielen Dank.